Das Bistum Würzburg ist eine römisch-katholische Diözese in Franken, Bayern. Es wurde Anfang 742 gegründet und war im Hochmittelalter ein bedeutender Machtfaktor des römisch-deutschen Reichs. Die Fürstbischöfe regierten bis 1803 Dekasekunden-Hochstift Würzburg, ein reichsunmittelbares Territorium. Seit 1822 gehört das Bistum zur Kirchenprovinz Bamberg. Geschichte, Anfänge Das Christentum wurde anfänglich von den Merovingern im Jahre 531 in die Region gebracht. Weitere Zeugnisse der Christianisierung findet man um 640 mit Sankt Gertrud in Kalburg und Neustadt am Main um 689 mit den irischen Wandermüllenchen Kilian. Kolonat und Totnan in Würzburg und 704 mit Willi Broert in Würzburg. Das Bistum Würzburg selbst wurde im Jahr 742 von Bonifatius gegründet. Erster Bischof war der Angelsachse Burkhardt. Der Sprengel erstreckte sich damals vom Rennsteig und der Fulda im Norden bis zur Linie laufen L-Wangen-Feucht-Wangen-Rosttal im Süden. Die Westgrenze lag an der östlichen Seite des Main-Vierecks, im Osten ging es ohne feste Begrenzung bis über die Mainquellen hinaus. Am Ende des 8. Jahrhunderts wurde Würzburg-Sophagan-Bistum des unter Karl dem Großen zum Erz-Bistum erhobenen Mainz. Das zweite Jahrtausend im Jahre 1007 erwirkte König Heinrich II. Die Bildung des neuen Bistums Bamberg im Wesentlichen aus Teilen des Bistums Würzburg. Ende des 12. Jahrhunderts erreichte Würzburg eine weitgehende Unabhängigkeit von den Stiftshögten, vor allem der Grafen von Henneberg. Durch ein Privileg Kaiser Friedrich Barbarossas wurden die Bischöfe von Würzburg zu Herzogen. Würzburg entwickelte sich zu einem bedeutenden Fürstbistum. Mitte des 13. bis Mitte des 15. Jahrhunderts kam es zu einer drückenden Verschuldung des Hochstifts, sodass sogar 1441 dessen Abtretung an den deutschen Orden erwogen wurde. Der Einfluss des sich aus der Ritterschaft rekrutierenden Domkapitels stieg. Nach dem Dreißigjährigen Krieg errichteten die Fürstbischöfe zahlreiche Barockbauten, so die Würzburger Residenz. Nach der Säkularisation durch den Reichsdeputationshauptschluss im Jahre 1803 wurde das Bistum der Kirchenprovinz Bamberg angeschlossen. Die Aschaffenburger Gebiete kamen 1814 vom alten Erzbistum Mainz zum Bistum Würzburg. Dafür fielen in diesem Zusammenhang einige Gebiete des Bistums Würzburg an westlich und südlich davon gelegene Bistümer. Spätestens 1826 wechselte das Gebiet des Herzogtums Sachsen-Koburg vermutlich zusammen mit dem Bandsgau und Teilen des Rodachtals zum Bistum Bamberg. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete neben der Teilung Deutschlands auch die Teilung einiger Bistümer, deren Wirkungsbereich sich auch auf Gebiete der neu entstandenen DDR erstreckte. Betroffen war auch die Würzburger Diözese, deren Dekanate Meiningen und Saalfeld in der DDR lagen und bis 1973 offiziell zum Bistum Würzburg gehörten. Der letzte bischöfliche Kommissar des Bischofs von Würzburg in Meiningen war Kallebert. Im Jahre 1973 wurden auf päpstliches Dekret die in der DDR gelegenen Teile der Bistümer Fulda und Würzburg zum Bischöflichen Amt Erfurt-Meiningen mit Sitz in Erfurt zusammengeschlossen. Dieses bischöfliche Amt wurde im Jahre 1994 zum Bistum Erfurt erhoben. Eine Besonderheit ist in diesem Zusammenhang die Kuratie Ostheim vor der Rhön, die kirchenrechtlich als ehemalige Exklave des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisennacht zum Bistum Fulda gehört, aber seit 1945 von der Diözese Würzburg seelsorgerisch betreut wird. Nach der Zerstörung des Doms war bis zu seiner erneuten Weil im Jahre 1967 die Stiftskirche Neumünster Bischofskirche des Bistums Würzburg. Von 1971 bis 1975 fand im St. Kiliensdom die Würzburger Synode statt. Seit 1989 besteht eine Diözesan-Partnerschaft zu der tansanischen Diözese Mbinga. Am 2. Dezember 2012 wurde eine weitere Partnerschaft mit der Diözese Obidus in Brasilien geschlossen. Bistumspatrone Patron des Bistums Würzburg ist der HL. Kilian. Seine weggefährten Kolonat und Totnern sind mit Patrone des Bistums. Stiftswürgte bzw. Burggrafen von Würzburg. Burggrafen von Würzburg aus der Familie der fränkischen Badenberger waren Godebolti. Nach 111057 Burggraf von Würzburg Bruder des Grafen Popui von Henneberg. Godebolts II. 1144 Burggraf von Würzburg Sohn Godeboltsi. Komma Punkt. Berthold 1157 Burggraf von Würzburg Sohn Godebolts II. Bruder des Grafen Popo II. Von Henneberg und des Bischofs Gebrad Stammvater der weiteren Grafen von Henneberg. Dekanate Bis 2010 bestand außerdem das Dekanat Ebern, welches dann in das Dekanat Hasberge eingegliedert wurde, sowie das Dekanat Röngrabfeld. Welches seit 2011 zum Dekanat Bad Neustadt gehört Kirchenschließungen. Im Bistum Würzburg wurden, im Gegensatz zu einigen anderen katholischen Bistümern in Deutschland, in den letzten Jahren nur wenige Kirchen aufgegeben, dazu gehören Bad Neustadt an der Saale, Ortsteil Lebenan, Klosterkirche St. Kilian. Am 23. November 2008 profaniert. Burkhard Roth, Ortsteil Waldfenster, St. Piuskirche. 1965-66. Erbaut, Abriss geplant, seit 2014 Nachfolgekirche im Bau. Himmelstadt, St. Emina, Gedächtniskirche. 1963-1965. Erbaut, am 26. Februar 2010 profaniert, im November 2010 abgerissen, heute Nutzung der benachbarten St. Jakobuskirche. Hofheimie, UFR, Eichelsdorf, Klosterkirche St. Alfons am 2. Dezember 2008 profaniert, Klostergebäude verkauft, Kirche in einen Konzertsaal umgebaut. Seilauf, Pfarrkirche, Auferstehung unseres Herrn Jesu Christus. 1969-1971 erbaut, Allerheiligen 2008, letzter Gottesdienst am 11. März 2009 profaniert, im Juli-August 2009 abgerissen. Heute Nutzung der nahegelegenen St. Vitoskirche. Weigoldshausen, St. Jakobuskirche. 1961 erbaut, am 2. August 2012 letzter Gottesdienst, Kirchenschiff abgerissen, 2012 bis 2014 durch Neubau ersetzt. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Wirklichkeit.